so hier sind wir wieder an der kid lobby ich wollte euch eigentlich die kids auch noch vorstellen zu meiner map nur leider ich weiß nicht wie das video jetzt wieder abgebrochen hat keine ahnung also hier sind so viele verschiedene kids mit vielen verschiedenen sachen auch für sky nur für sky wars natürlich manchmal besetzt dass man das mitnimmt aber egal also bad wars da habe ich natürlich so also für gleichgerechtigkeit gesorgt no dias no eisen zum verstehen natürlich das ist halt eben verbreitet also ja alle eben zuschauer wird es natürlich sein also sky wars natürlich hat es auch ein bisschen dekoration hier man sehen kann auch dass gleichzeitig hier dieses diese dekoration gleichzeitig auch von unten weil das unter aufklären kann und zugucken kann ich brauche ja nicht direkt immer abzubrechen also kurz zu stoppen und dann automatisch die auch gut aus mit dekoration natürlich sieht zwar so aus als hätte doch keiner auf die idee kommen sowas zu bauen aber ehrlich gesagt ich finde das ist echt eine neue idee das was ich gebaut habe also das hier seelatern darunter ist die entheben das herr die decke pack man und hier ist ja ich habe ihn an die siegeskammer auch wenn man auf den schalter kommen dass die irgendwie missen hakt auf dem server zu viel schnelle redstone technik redstone technik hier ist die zweite info lobby natürlich ist das alles beschrieben von mir weil ich bin ja hier das ist ja meine welt ja also es hat hier schon ein paar spiele gegeben aber die sind schon was her also zum thema herr rekoration ja hier ist die lobby die bereits gezeigt dahinter sind die skywars regeln und die schönen räume wo sehr viel arbeit investiert wurde ehrlich gesagt sehr viel arbeit aber am anfang dieses erbauts von server haben auch andere mitgeholfen danach habe ich so gesagt ich mache alleine weiter und habe den server dann alleine weiter geupgradet kommentare dazu habe ich natürlich auch die sind natürlich schon alt die beiträge dafür die sind aber noch im ebers zu finden unter meiner folge zwar im ebers ja ist jetzt auch schon der anfang aber das war von meiner zeit jetzt gerade auch hier aber natürlich bin ich auch noch nie was aktiv also keine sorge falls wer im e-böse ist nur dass ich habe eben da ich ja auch kein handy habe auch kann man nicht so häufig drei vielleicht nicht so häufig drin sein werde aber ich trage noch was bei so keine sorge eine schöne welt vielleicht kommt noch was hinzu wer weiß so haben wir ja schon darauf ist der master bilders auch wenn es gerade ein bisschen ja wissen irgendwie wird in einen raum aber baufläche gibt es